Das MDR Kultur Café an diesem Sonntag mit Johannes Petzold und mit, das kann man nicht so oft sagen, aber diesmal auf jeden Fall, den braucht man eigentlich nicht vorstellen, denn mir gegenüber sitzt Marius Müller-Westernhagen. Hallo. Sind Sie sich da sicher? Ja, ich denke schon. Also wenn es um 11 Millionen oder 17 Millionen verkaufte Platten geht, ich weiß gar nicht die genaue Zahl und lese sie einfach so. Die genaue Zahl, es wurde jetzt recherchiert, aufgrund dieses Albums sind effektiv 17 Millionen, ja. 17 Millionen, da kann man davon ausgehen, dass der eine oder andere Sie kennt. Und jetzt haben wir im Vorfeld überlegt, sagen wir Sie oder Du und da der 75-Jährige so ein bisschen älter ist, können Sie mir gerade mal das Du anbieten? Gerne. Es macht es leichter und es macht es auch intimer, habe ich festgestellt. Ich denke auch. Also Marius... Es nimmt so Distanz weg, was manchmal in manchen Geschichten gut ist, eine gewisse Distanz zu halten, aber in einem Gespräch finde ich es immer wärmer und ergebnisreicher, wenn man das Du benutzt, ja. Marius, ich bin Johannes, grüß dich und wir treffen uns zum Kaffeekränzchen kurz vor dem Geburtstag. Wir haben einen ganz aktuellen Anlass. Marius ist ein Nikolaus, Geburtstag am 6. Dezember und diesmal aber wirklich rund 75-jährig und auf dem Gabentisch für die ganzen Marius-Müller-Westernhagen-Fans, die jetzt alle zuhören, ist ein Album zum 75. mit 75 Songs. Obwohl die ja keinen Geburtstag haben. Da weiß man nicht. Der eine oder andere ist schon. Vielleicht, ja. Der eine oder andere ist schon. Da ist es dann so ein doppeltes Geburtstagsgeschenk. Meine Frage ist, wer ist auf die Idee gekommen, 75 Songs Jahr für Jahr da drauf zu packen? Das ist ja erstmal eine großartige Idee und zeigt auch, ich gehe mit meinem Geburtstag noch so ein bisschen andersrum. Wer hatte die Idee? Die Idee hatte Warner Brothers, mit denen ich ja über 30 Jahre verbracht habe. Und die haben dann auch eine Kooperation zustande gekriegt mit Sony und mit Universal, was mich erstaunt hat, aber auch sehr berührt hat. Und die haben angerufen, haben bei mir angerufen und gesagt, Marius, wir würden gerne deine Karriere dokumentieren bis hierhin, weil ich bin ja auch noch mittendrin. Und dann war ich erstaunt, dass Leute sich die Mühe machen, weil für mich ist es halt Vergangenheit auch. Alles, was hinter mir liegt, damit befasse ich mich dann auch nicht mehr. Manchmal schmerzhaft, weil man macht natürlich Fehler, auch zwischenmenschlich Fehler, die man dann später in der Entwicklung bereut, aber man kann sich auch nicht mehr ändern. Man kann nur daraus lernen, reflektieren und lernen. Und die haben sich dann die Mühe gemacht. Es bot sich an, natürlich der 75. Geburtstag und entstand die Idee, das dann auch 75 Songs zu machen. Man hätte auch 100 machen können, 120. Mich hat wirklich... Naja, da ist ja noch ein Geburtstag übrig, wo ihr das dann machen könnt. Ja, war mir erstaunt, dass überhaupt ich so viel in meinem Leben gearbeitet habe, weil ich bin eigentlich, halte mich für sehr faulen Menschen, aber anscheinend habe ich ja noch viel gearbeitet und auch viele Songs geschrieben. Und sie haben es dann zusammengestellt, das hätte ich nicht gemacht, weil mein Geschmack auch oft anders ist als der des Konsumenten. Das ist aber auch ganz normal. Und ich habe auch heute den Abstand, die Dinge, die ich halt, die ich wahrscheinlich nicht so gut finde, auch dann zu akzeptieren und auch zu akzeptieren als Teil der Historie und denke, okay, das gehört da rein und das muss da rein. Und das kann man auch jetzt nicht aufgrund dessen ein Stück, das was irgendwie kein Mensch gut fand, nur du, ersetzen. Aber es sind sehr viele Stücke drauf. Ich glaube vier oder fünf von dem Album, was ich für meinen Begriff, für mich das Wichtigste ist. Das ist in den Wahnsinn. Okay, ein Beispiel. Why don't you say your name? Und das war, die Inspiration war 9-11 und meine Reaktion darauf. Und das war für mich unfassbar emotional und wichtig, das damals zu schreiben. Und es war für mich auch eine Entscheidung, welchen Weg weiter zu gehen. Und du bist der Plattenfirma. Ein bisschen dankbar dafür, dass sie das mit ausgewählt haben. Das hast du ja nicht unbedingt erwartet. 30 Jahre Karriere, viel länger, aber 30 Jahre mit der Plattenfirma. Karriere hast du gesagt. Das war bei Warner, ja. Ich glaube, die Karriere ist inzwischen über 50. Über 50, ja. Und eigentlich ist es nicht Karriere, sondern wenn man auf so ein Album schaut mit 75 Songs für jedes Jahr ein anderer Song, dann ist es nicht Karriere, sondern Leben. Also du schaust dann oft dein Leben. Das ist ja auch mit Bildern, mit kurzen Texten, glaube ich. Ja, das ist schon irre. Also für die Fans, klar. Aber für Marius, sich so selber in so einem Tonträgerwerk mit visuellen Teilen zu sehen, irre. Ja, es ist, dir kommen viele Dinge hoch, die du vergessen hast, einfach auch im Laufe der Zeit. Und es kommen Dinge, wo du dich fragst, warum hast du das gemacht? Das ist klar. Aber es kommen halt auch Dinge, wo man denkt, das ist gar nicht schlecht. Auch in der Nachbetrachtung gar nicht schlecht. Und wenn du dich dann, und das musst du ja, du musst dich ja dann wieder befassen, weil ich höre meinen alten Kram nie. Das ist für mich Vergangenheit. Und ich höre es auch zu Hause, meine Musik nicht. Nur wenn ich auf Tour gehe, muss ich mich mit dem Songmaterial beschäftigen. Aber ansonsten finde ich auch oft, gerade bei Filmaufnahmen oder Bildern, finde ich dann nicht mehr, ist die Person von mir vollkommen abgelöst, die ich damals war. Die kenne ich nicht mehr. Und das ist eine erstaunliche Erkenntnis. Ist das ein Entfremdungsprozess, der unangenehm sein kann? Oder ist es einfach so, man schaut, ich kenne die Person gar nicht mehr und dann gibt es vielleicht wieder eine Annäherung durch dieses Album? Ich hatte damals auch schon das Glück. Es gab ja mal eine Zeit, wo die ganzen Städte zugeflastert waren mit den Plakaten und so. Und ich habe immer einen Abstand dazu gehabt, weil ich immer wusste, was ich künstlerisch mache, ist wie eine Art die Funktion des Mediums. Und dann gibt es den, der ich privat bin. Die sind vollkommen konträr von einem. Und das ist aber bei fast allen Künstlern, die ich kenne, ist das der Fall. Ich mag zum Beispiel nicht im Mittelpunkt stehen. Oder ich habe gerne meine Privatsphäre, würde ich auch nie hergeben. Und auch meine Freiheiten, auch zu der schlimmen Zeit bin ich immer noch irgendwo hin und habe was gegessen oder so. Aber ich habe gesagt, das kann mir kein Mensch bezahlen. Das kann mir kein Mensch. Und es gibt so viele Beispiele, wie viele Menschen daran kaputt gegangen sind. Weil sobald du jemand bist, mit dem sich dann Geld machen lässt, Profit machen lässt, in dem Augenblick, wenn du nicht aufpasst, wirst du zum Opfer. Und es gibt so viele Dokumentationen über, wenn man heute zum Beispiel, interessant, ich streife nur den Fußball, aber David Beckham, was dieser Mann aushalten musste. Weil er einmal das Bein gehummert, was nicht sehr clever war in diesem Spiel. Nein, natürlich nicht. Aber man muss ja auch immer das Alter berücksichtigen. Man beschimpft doch heute immer so junge Leute und sagt, ah, dieser Idiot. Erfahrung kann man nicht trainieren. Einer der genialen Sätze von Thomas Tuchel. Und es ist auch so. Da geht es so weit zurück mit diesem Album. Und da entdeckt Marius auch eine Person, die er vielleicht gar nicht mehr kennt, obwohl er da selber ist. Zum Beispiel fängt das ja an mit dem Song, dieses Album Wir waren noch Kinder. Das ist ja ein ganz anderer Sound. Kürzlich hat Max Herre so eine Compilation rausgebracht mit DDR, Soul und Funk. So klingt das so ein bisschen. Das ist ganz weit her. Oder Marion aus Pinneberg würde heute als Schlager durchgehen. Ist eine ganz andere Geschichte. Ja, weil es das falsche Tempo hat. Es ist viel zu schnell. Das hörst du natürlich mit der Erfahrung immer mehr. Ja, da hat sich viel geändert. Und auch man hat heute, und das sage ich auch immer jungen Musikern, seid vorsichtig mit den im Augenblick gefeaturedten und aktuellen Sounds. Es gab eine Zeit, wo man immer diese große elektronische Snare genommen hat. Auch sehr erfolgreich. Whitney Houston. Und heute, wenn ich das höre, könnte ich heute kotzen. Um ehrlich zu sein. Saxophon-Soli der 80er Jahre aus der Popmusik. Geht gar nicht. Und das geht einfach dann auch nicht mehr. Aber dann musst du dich dann mitentwickeln. Das ist ganz wichtig. Also deins behalten, deinen Boden behalten, aber auf diesem Boden dann immer wieder sich weiterzuentwickeln. Das ist die Herausforderung. Und das ist auch das einzig Befriedigende, was du dann hast, wenn du denkst, ja, das bin ich, aber das bin ich heute auch. Jetzt, wo du das selber gesagt hast mit dem Tempo. Ich habe einige Lieder beim Wiederhören gefunden, wo ich dachte, ja, die sind ganz schön schnell gespielt. Ob die den Test der Zeit dann halten? Auch bei Nena. Nur geträumt ist heute so schnell. Das kann man so kaum noch hören, auch wenn es in Hit ist und auch wenn es was Zeitloses hat. Aber über die ganze Zeit, was dir kaum einer nachmacht, wenn du ins langsame Balladeske gehst und aus dieser Stimme sowas rausholst, wo dann nochmal so ein, ja, es ist kein Blues oder kein Blue Note Schlenker. Aber das ist ein Heimspiel, wenn du Balladen singst. Wenn du die richtig packst, da wird es zeitlos. Das hat mich auch am meisten gepackt. Ja, naja, ich habe halt, und da hast du auch, lernst du viel von schwarzen Musikern. Es ist egal, wie schnell ein Tempo ist und manchmal brauchst du einfach schnelle Tempi, aber sie müssen halt immer ausgeschlafen, relaxed sein und du darfst dich nicht verführen lassen, zu viele Töne zu spielen, einfach weil du es kannst. Sondern es muss erstens immer für den Song sein, es muss den Song bedienen und da habe ich sehr viel gelernt, auch mit vielen Hörern bei Miles Davis, der immer seine Töne, seine Noten sehr sparsam gebraucht hat. Die hatten aber dann immer so ein Gewicht und eine Bedeutung, dass es dich, oh Gott, ja, ja. Und das muss man lernen, weil am Anfang will man natürlich sich immer zeigen und es ist alles hektisch und ich habe vorhin gesprochen über Groove. Wenn ein Groove nicht funktioniert, ist es meistens der Sänger, weil der immer vorne wegläuft. Der ist so aufgeregt, anstatt sich da draufzusetzen. Jeder sollte sich immer bemühen, so spät wie möglich auf dem Backbeat zu sein. Das war die Qualität von Charlie Watts. Und war tatsächlich Holger Tschukai, Gott hab ihn selig, der sagte, ich habe sehr lange immer auf dem Bass Noten gesucht und irgendwann habe ich mich darauf spezialisiert, sie zu finden. Ich glaube, das war so ein Statement, weniger ist mehr. Also die richtige finden und das geht ja auch in die Miles Davis Richtung, wie du gesagt hast. Vor dem Musiker Marius Müller-Westernhagen, der jetzt auf diesem Album so in seiner 75-Jährigkeit da eben bebildert wird, gab es ja den Schauspieler. Und man würde immer denken, jo, vom Wechsel einem zu dem anderen ging das ab, aber du musstest richtig durchhalten. Vor dem Pfefferminz-Album gab es zwei, die sind überhaupt nicht in die Charts gegangen, Alben. Also da musstest du schon vom Erfolg der Schauspielzeit sagen, nee, ich will das, ich mach das. Na, ich musste vor allen Dingen Kontrolle erlangen, weil ich war natürlich am Anfang total überwältigt, weil man sich nie hat vorstellen können, ins Studio zu kommen, dass sich jemand überhaupt dafür interessiert. Und das erste Album war ja, man sagte damals, Achtungserfolg. Es gab die Leute, die machten das ernsthaft, galten als ernsthafte und dann gab es den Schlager und beide Seiten hatten ja gar keine Verbindung zueinander. Und man hat sich auch gehasst, da richtig gehend, was eigentlich gut war. Aber die Kontrolle war halt da, ich bekam Lucifers Friend und ich hatte noch nicht die Kontrolle und es war auch nicht das, was ich als Sänger gemacht hatte vorher. Ich habe in einer Band gespielt, in einer Blues-Band gespielt, in einer Soul-Band gesungen und dann bin ich... Auch Englisch, ne, zuerst? Ja, und dann bin ich damals zu dem Sigil Lord, zu dem Präsidenten von Warner damals hingegangen und habe gesagt, entweder jetzt... Legendäre Person? Ja, endlich jetzt, du schreibst mir jetzt sofort einen Schrieb und sagst, ich habe totale künstlerische Freiheit, weil so kann ich nicht leben, dass immer deine Leute sich einmischen und sagen, ja hier zum Beispiel Taxi-Mann ist kein Wort, das gibt es nicht. Ich sage, das kommt für mich nicht mehr in Frage, da mache ich nicht mehr mit, konnte das, weil ich als Schauspieler auch gut beschäftigt war damals schon. Und er hat das komischerweise gemacht, weil er, was habe ich gedacht, der ist so wahnsinnig, da steckt vielleicht was dahinter. Und er hat es ja auch nicht bereut. Ich habe übrigens mit Chukai und Jackie und mit all diesen Leuten und mit Irmin, ich habe mit all diesen Leuten Verbindung gehabt. Holger ist ja leider tot und da auch viel gelernt. Und dann erzähle ich jetzt nur zwischendurch eine ganz kleine Geschichte. Weil Jackie immer zu Holger gesagt hat, wenn du nicht aufhörst, deinen scheiß Bass, was ja gar kein Instrument ist, auf meine Bassdrum zu spielen, dann bringe ich dich um. Ja, großartig. Klar, dass wir hier in den Jahren zurückgehen, denn dieses Album dreht sich um 75 Jahre, Marius Müller Westernhang. Gibt es da eigentlich noch Schulfreunde oder Sandkastenfreunde, die, wenn du sie siehst, sagen, lass mal gut sein mit deinen 17 Millionen, aber du bleibst in der Schlange hinten stehen? Also das alles... Das tue ich grundsätzlich, weil das halte ich für Demokratie. Okay. Also ich hasse das, wenn Leute sich vordrängen an der Schlange und denken, sie wären was Besonderes. Das hat mir mein Vater immer eingeimpft. Sag ich, egal was du erreichst, egal wie reich du wirst oder was auch immer, du bist nicht besser als andere. Stell dich nicht über andere. Da hat er, glaube ich, so oft gesagt, dass es einfach so ein Leitsatz geworden ist auch für mich. Nee, das mag ich nicht. Ist mir auch peinlich. Ja. Auf jeden Fall eine Autoritätsfigur. Der war ja Schauspieler im Gustav Grünkens Ensemble. Also wow, das ist schon Backing, aber früh gestorben, mit 44 Jahren. Großartiger Mensch. Ja? Dann hat der Krieg zerstört einfach. Junger Schauspieler, hochbegabt, viel Hoffnung und dann kommt er zurück und die Kraft ist weg. Und hat sehr getrunken. Also mein Vater war Alkoholiker. Hat er dir Sachen mit auf den Weg gegeben? Ja. Also er hat mir Werte vermittelt und ganz, ganz besondere Sachen und auch dieses Gefühl, es gibt Dinge, die macht man einfach nicht. Und ich glaube, das ist aber auch, in älteren Generationen ist das so. Das kannst du nicht. Das ist ein Schweinerei-Move. Don't. Und aber auch dann gleichzeitig gelernt, wenn du was zu sagen hast, mach die Schnauze auf. Denk nicht, oh, könnte ich mir jetzt schaden oder so. Das ist eine Generationssache und ich glaube, inzwischen ist der Kapitalismus so verinnerlicht und auch pervertiert zum Teil, dass es das nicht mehr gibt. Das ist aber auch, dann kannst du kein Künstler werden. Ja. Da bleiben aber Sachen übrig. Ich bin da auch immer noch im Austausch mit meiner Mutter, Gott hab sie selig, eigentlich täglich mit ihren vielen Sprüchen, Redewendungen, die damals keinen großen Sinn ergaben. Und die jetzt Sinn ergeben. Ja, ja. Das ist bei mir mit eigenen Texten so, die ich eigentlich beim Schreiben intellektuell gar nicht begriffen habe. Und dann viele Jahre später, beim Pfefferminze-Experiment war das so, denke, ach das war der Grund, wo du einfach mit deinem Unterbewussten arbeitest. Und es macht dann auf einmal Sinn für dich. Und das macht ja auch Kunst aus. Ich hab gerade nach den Schulfreunden gefragt oder Sandkastenfreunde, gibt es die? Es gibt, also der letzte, mein ältester Freund ist gestorben vor zwei Jahren. Ich hab Verbindung zu meinem ersten Bassisten, den hab ich kennengelernt, der war der 16. Der ist inzwischen ein sehr erfolgreicher Chirurg, was niemand dachte, weil das war der größte Punk in der Band. Er hat die größte Scheiße gebaut. Und die Mutter hat ihn dann irgendwann aus dem Verkehr gezogen und hat ihm gedacht, ich wäre derjenige, der ihn da hinbringt. Weil da war ich immer derjenige, der die Gruppen zusammengehalten hat, der geführt hat. Das ist einfach so. Ein guter Basser hat ja auch ruhige Hände. Das geht dann weiter zum Chirurgen. Ich möchte die Möglichkeit nützen, weil 75 Jahre, klar, Rückschau, wo geht's jetzt hin, wo bin ich gerade? Wo besser kann man da sehen, wie jüngst? Ah, die Stones und die Beatles. Die einen bringen einen Posthum-Song raus mit künstlicher Intelligenz, aber viele weinen, wenn sie das hören. Die anderen bringen nochmal ein Album raus. Und wer ist besser gealtert? Beide verschiedene Ansätze. Ich hab vor vielen Jahren immer gesagt, also ich verstehe das nicht. Wenn ich mal 50 bin und so, da hüpfe ich nicht mehr auf der Bühne rum. Und wenn du sie gesehen hast, jetzt erstmal spielen sie viel besser, obwohl mir Charlie extrem fehlt, weil es ist mir fast zu korrekt. Weil es war immer sloppy und das hat den Swing gebracht. Und die Qualität der Stones war immer Charlie Watts auch mit seinem unglaublich späten Backbeat, mit dem Swing, den er gespielt hat. Aber sie wirken nach wie vor authentisch, finde ich. Und das ist erstaunlich. Aber die einen schreiben ein Liebeslied über 50 Jahre hinweg, Liebeslied zwischen sich und Paul McCartney auch immer gesagt, wieso hab ich ihm nie gesagt, dass ich ihn liebe. Aber das durften wir damals nicht. Das war nicht Liverpool, das war nicht die Zeit. Aber so, jetzt ist dieses Liebeslied der vier. Die anderen machen Album. Du sagst, das funktioniert, obwohl Charlie Watts nicht dabei ist und die Sloppie-Nicht von Charlie Watts. Ja, das Album, ich glaube, was ich, und ich kann mir eigentlich diese Kritik gar nicht anmaßen, ich finde, dass das sehr gut gespielt ist, dass sie auch einen tollen Producer hatten, weil die Gitarnsounds sind sehr frisch, sehr modern, sehr jung. Aber sie werden wohl nie mehr diese Song-Qualität erreichen, wie in den großen Alben Sticky Fingers oder Exile on Main Street. Das ist ein Meisterwerk. Aber da hat man auch nicht so geachtet auf Perfektion, sondern auf Vibe, auf irgendwas, was sich nicht wiederholen lässt. Die einen holen sich einen jungen Producer, die anderen holen sich den Sohn von George Martin, dem fünften Beatle, der diesen Sound kreiert hat. Wir lassen das Band mal wieder laufen. Den habe ich auch kennenlernen dürfen, da war er aber schon fast taub. Also ein ganz toller... George Martin noch? Ja, ganz toller Gentleman. Du bist ein Zeitzeuge. Ich sitze jemandem gegenüber, der hat George Martin getroffen. Okay. Komischerweise nie einen von den Stones, obwohl viele Mitarbeiter der Stones auch bei mir auf Tourneen gearbeitet haben. Ich habe nie einen von denen getroffen. Kann noch kommen. Ich glaube, die gehen wieder auf Tour, so wie du nächstes Jahr. Vielleicht gibt es da irgendwie eine Kreuzung. Die nochmal gehen? Sag mal, wieso bist du eigentlich immer noch so dünn mit 75? Die nehmen doch normalerweise so ein bisschen Gewicht zu. Aber machst du Sport oder wie ist dein Organismus? Wirklich, ja? Ja, ja. Sehr viel. Achte auf Ernährung. Ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, keinen Tropfen Alkohol oder so. Aber der Tropfen muss schon gut sein und ich weiß auch genau, wann ich aufhöre. Also ich trinke nicht mehr als im Höchstverzweiger das Wein und das ist es dann auch. Aber Sport, ja, brauche ich. Ich habe so eine nervöse Energie und ich brauche das einfach, um Adrenalin abzubauen. Also gerade wenn du viel mit dem Kopf arbeitest, musst du das machen. Und ich mache es auch mit Freude. Ich bin, also... Was am liebsten? Spannend? Laufen? Ich habe richtig, also ich habe zweimal die Woche Krafttraining und Koordination und dann möglichst dreimal die Woche, also insgesamt vier, fünfmal die Woche auch Konditionstraining. Und das musst du auch für die Shows machen, sonst kannst du es nicht. Ja. War nicht trotzdem letztes Jahr Lungenentzündungen und so? Nein, das ist schon drei, vier Jahre her. Drei, vier Jahre her? Ja, das war ein Virus, den hatte ich mir in der Produktion vom Pfefferminzexperiment, hatte mir ein Virus eingefangen in New York, den die auch hier dann erst nicht erkannt haben. Und dann gab es eine Lungenentzündung und dann lag ich zwölf Tage in der Charité. Und da hat mir die Fitness sehr geholfen, weil ja, Professor, der mich behandelt hat, hat gesagt, wenn du hier kommst in deinem Alter und wärst jetzt nicht so fit, du bist fit in den Ring gestiegen, hättest es nicht überlebt. Ja, du warst schon ein schlachsiger Kerl zu Zeiten, als du geschauspielert hast und da warst du ja richtig Kult. Wir haben alle gesehen, Theo gegen den Rest der Welt. An den ersten kann ich mich nicht erinnern, aber Theo gegen den Rest der Welt, was für ein Roadmovie. Und der riesige Erfolg damit, dann musstest du kämpfen, um Musiker zu werden, mindestens zwei Platten lang. Wieso ist die Schauspielerei nicht fortgeschritten? Das habe ich immer auch ein bisschen bedauert, weil du warst Kult bei uns. Also irgendwann war der Punkt erreicht und du hast heute Regisseure, mit denen du arbeiten kannst. Und viele junge Regisseure damals, die kamen von der Filmhochschule und wussten, wo sie die Kamera hinstellen und haben sehr viel auch zitiert. Ich war ja auch beeinflusst sehr vom amerikanischen Film, vom französischen Film, vom italienischen New Realism, italienische Jessica. Diese Person von Theo, die hast du selber mit erfunden. Die ganzen großen französischen Regisseure und war auch natürlich an dieser Art zu spielen interessiert und lernte viel auch von den jungen Schauspielern, die bei Scorsese spielten, die bei Coppola spielten. Dann saßt du im Kino stundenlang und hast immer studiert, was machen die. Habe dabei auch herausgefunden, anderes Genre als Theater, andere Mittel. Im Endeffekt schwerer, weil die Kamera ist so bei dir im Gesicht. Und was wichtig ist, was passiert dahinter, was passiert hier, was passiert im Bauch und nicht deine Mimik. Und es kam der Punkt, wo ich dachte, ich werde so wie das Umfeld ist und du hast als Schauspieler so wenig Einfluss. Und du merkst, wenn du eine Erfahrung hast, merkst du, nach einer Woche Drehzeit, das wird nichts. Weil ich immer das Gesamte gesehen habe. Ich habe schon als junger Mensch mit 17 Ostern von Strindberg und dann hat mir der Regisseur gesagt, du denkst nicht wie ein Schauspieler, du denkst wie ein Regisseur. Habe mich aber nie getraut, das anzunehmen, weil ich fand diese Verantwortung unheimlich groß als Regisseur. Ich würde ja denken, mit dem Erfolg heute, viele deiner Fans werden das denken, du bist ein Mann, der von Anfang an mit großem Selbstvertrauen durchs Leben ging und sagst, das hast du nicht. Wo hast du dich denn sicherer gefühlt? Bei der Schauspielerei, die zuerst war, oder bei der Musik? Ich wusste, dass ich das tun musste. Ich finde, das ist auch die Voraussetzung, dass du einfach sagst, ich muss das machen. Und habe mir sehr viel versaut durch Ängstlichkeit, auch immer den Gedanken, du bist nicht gut genug und irgendwann finden sie es alle raus. Was mir einen richtigen Schub gegeben hat an Selbstbewusstsein, ist sicher die Erfahrung auch, dass du älter wirst und mehr Distanz bekommst auch zu dir selbst. Aber als ich so gerne mit amerikanischen Musikern zusammenspielen wollte und weil das mich halt geprägt hat und ich bin damit groß geworden, ich hatte keine andere Musik, ich hatte da keine andere Identität als das. Und das habe ich gefühlt. Und habe dann versucht, an diese Musiker zu kommen und spielte schon damals mit Kevin Benz zusammen. Und er sagt, ja, den finde ich gut und den, aber die kommen hier einfach ins Studio, die musst du überzeugen. Also du musst Demos machen. Und wie die mich dann aufgenommen haben als einen der Iren und mich voll respektiert und akzeptiert haben, das hat einen unglaublichen Boost gegeben. So schlecht kannst du nicht sein. Und es hat natürlich auch nochmal den Antrieb gekriegt, Jesus Christ, die sind so gut, die müssen gar nichts mehr beweisen. Hier musst du die Arschbacken zusammenkneifen und dich an dem Niveau orientieren. Und das habe ich gelernt, auch bei der Schauspielerei, je besser dein Konterpart ist, je mehr Leistung wirst du auch bringen. Lass uns leben. Ich sage es, einer meiner Oldtime-Favoriten. Und die Geschichte dazu, du stehst auf der Bühne, war das so? Und sagst, ich hoffe, heute Abend wird hier viel gebummst nach dem Konzert. Was hat dich denn da getrieben? Das war Rock am Ring oder sowas? Ich weiß überhaupt nicht, was mich auf der Bühne treibt. Das passiert einfach. Okay. Nach der Ansage kann man das uns leben. Ich finde vorher wahnsinnig, wie Leute sich an so Sprüche erinnern. Da wird es ganz, ganz viele geben, ehrlich gesagt. Lass uns über noch einen anderen wichtigen Marius Müller-Westernhaken-Song sprechen, nämlich Freiheit. Der ist jetzt natürlich oft zitiert worden. Und mir fiel so ein bisschen auf, sag, ob ich da auf der richtigen Fährte bin, dass der auch sehr oft missverstanden wurde. Oder so ein bisschen wie Born in the USA von Bruce Springsteen. Der wurde dann überall für Parteien eingesetzt. Dabei ist der sehr kritisch. Und bei Freiheit habe ich dann auch nochmal geschaut. Da heißt es ja, sollen tanzen auch auf Gräbern. Ja, das war ja, glaube ich, was den Song überhaupt inspiriert hat. Ja. Und wollen es Freiheit nicht versäumen. Genau. Die Freiheit, gerade wenn es auf Gräbern tanzen geht, das ist nochmal etwas, was man bedenken muss. Nicht einfach nur Freiheit, jo, alles klar. Das ist durchaus so ein Hin und Her auch. Das war ja auch ein Infragestellen. Und ich bin ja auch heute der Meinung, Freiheit ist natürlich eine Illusion, weil keine Gesellschaft, keine Gruppe, nicht mal eine Ehe funktioniert ohne Regeln. Und deshalb ist es einfach eine Illusion, wunderschöne Illusion, genauso wie Sicherheit ist auch eine Illusion. Haben wir uns ja bis 9-11 alle eingebildet, dass wir hier sicher sind. Der Song hatte ja, am Anfang hat er überhaupt keine Beachtung gefunden. Und dann Jahre später ging er in diese Richtung, Gott sei Dank, weil du lässt diese Songs raus, die nehmen ihr Eigenleben an, Leute interpretieren sie je nach Gefühl und je nach Einstellung. Da hast du keinen Einfluss drauf. Das ist auch das Risiko. Und er ist in eine Richtung gegangen, die für mich natürlich angenehm war und die mich auch immer später aus Erzählungen, was es den Leuten bedeutet hat im Osten, sehr, sehr gerührt hat. Und dann gab es auf einmal halt eine Gruppe, die ihn sich genommen hat. Auch da hast du keinen Einfluss. Aber ich glaube, ich habe ihn mir ganz gut zurückgeholt. Ja, genau, das wollte ich sagen. Also es ging um die Impfgegner, die dies als Freiheit, das eben nicht zu tun, interpretiert haben. Und anstatt in den Ring zu steigen und bei Markus Lanz aufzutauchen, dann hast du ein Foto gepostet, wo du geimpft wirst und da stand Freiheit. Ja, und das ist Freiheit. Großartig den Diskurs wieder. Das ist Freiheit. Ich habe die Chance zu entscheiden, was ja heute anscheinend nicht mehr der Fall ist, weil die Positionen sind so radikal und so festgefahren. Und es geht nur noch um Gewinner und Verlierer. Aber das ist nicht Politik. Für mich ist Politik Kompromiss. Etwas finden, wo beide gegensätzlichen Parteien einen Weg finden, wo sie beide mit leben können. Und das wird gar nicht mehr wahrgenommen, sondern es ist einfach nur Hysterie und feste Positionen. Und da bewegt sich nichts mehr. Das hat auch nichts mit Demokratie zu tun oder so. Und die Drecksäcke sitzen auch immer auf beiden Seiten. Und sie repräsentieren auch nie die Mehrheit. Sondern die Mehrheit der Leute will seine Ruhe haben, will genug Kohle verdienen, um essen und trinken zu können und schlafen zu können. Ja, und es kriegt viel zu viel Gewicht. Eine andere Art Diskurs zu bestimmen ist, wenn Farid Bang und Kollegen, das ist ja auch schon einige Zeit zurück, bei diesem Echo-Preis bejubelt wurden und du hast die Dinger dann zurückgegeben. Und das ist eigentlich auch eine Art, ohne mit dem ganzen Wortwahl und Auseinandersetzung reinzugehen zu sagen. Ja, und sich zu rechtfertigen. Ja, genau. Das sind verschissene Preise von einem Event, wo die Industrie praktisch ihre erfolgreichsten Pferdchen über die Bühne trippeln ließ. Mehr ist es ja nicht. Es ging ja gar nicht nach Künstlerischen. Es ging um Verkäufe. Und da kann man dann mitspielen und kann sagen, ja, ja, wunderbar. Aber das war mir einfach, es gibt auch da, ich bin für absolute Freiheit in der Kunst, aber es gibt da auch geschmackliche Grenzen, die man nicht überschreitet. Und wir als Deutsche mit unserer Geschichte sind da schon verpflichtet, sich dem auch zu stellen und dementsprechend auch zu handeln. Und ich war von einigen enttäuscht, ja, dass sie nicht gesagt haben, klar. Und Gott sei Dank ist ja auch dann, dieses Ding hat sich ad absurdum geführt und ist beendet worden. Weil ein Preis, da musst du wirklich eine unabhängige Kommission haben und dann muss das aber auch, also für mich sind Preise dann, wenn Leute was gewagt haben, was aber überhaupt nicht verkauft. Das ist aber künstlerisch großartig, dem kannst du einen Preis verleihen. Die anderen brauchen es nicht, weil die haben so viel Kohle verdient mit dem schon. Die brauchen keinen Preis. Ich denke, bei diesem Album 75, da ist natürlich auch der Song Dicke dabei, ja, und du bist ja der dünne Herring, der du auch wirklich bist. Und so ein Song könnte der heute noch so geschrieben werden in Zeiten der politischen Correctness. Also ich denke an Raoul Dahl, dem britischen Schriftsteller, der schreibt von einem fetten Gegenüber und dann wird das vom Verlag geändert und heißt dann eine umfangreiche Person. Das finde ich unmöglich, weil es ist zeitbedingt. Und das ist für mich, das muss man immer bedenken. Aber du kannst jetzt nicht auf einmal die ganze Zeit umdrehen, das wäre auch idiotisch. Das ist der eine Grund, warum Dicke auch missverstanden wurde. Die Deutschen tun sich schwer mit einer Fehlschichtigkeit. Es wird immer eins zu eins genommen. Es ist klar, ich arbeite da mit Klischees, ich arbeite mit dem sogenannten Eulenspiegeleffekt. Ich sage, so redet ihr über Minderheiten hinter vorgehaltener Hand. So wird geredet. Ich konfrontiere sie damit. Und das ist dann Provokation, weil man was ändern will, was sagen will. Weil Humor und Hintergründigkeit wurden in diesem Land nicht erfunden. Und das ist nicht erfunden. Das ist der eine Grund. Und natürlich nach heutigen Maßstäben denken wir natürlich anders. Aber es sind viele Dinge in der Vergangenheit als ganz normal angesehen worden. Und dafür kannst du heute nicht mehr bestraft werden. Und wenn wir anfangen in der Kultur Verbote zu erteilen, dann beschneiden wir das. Wir machen das kaputt. Du killst es. Das muss erhalten bleiben. Weil du kannst machen, was du willst. Ich kann auch heute wieder Dicke schreiben. Das ist meine Entscheidung. Und du würdest wieder Dicke schreiben? Ich würde das schreiben, was ich denke und was ich fühle. Und wenn ich dann, wie nennt man das, gecancelt werde heute. Ich halte da viele, viele Dinge. Die Ansätze sind immer richtig. Der moralische Gedanke ist immer richtig. Aber es in dieser Hysterie zu tun, das ist höchst reaktionär für jemanden, der in den 60ern groß geworden ist. Weil Bobbiet ist auch immer Dinge, für die wir gekämpft haben. Wir kommen schon zum Ende so langsam. Im nächsten Jahr gibt es eine Tour. Musst ein 75-Jähriger noch sieben megagroße Konzerte in einem Monat packen? Was treibt dich? Ich weiß es auch nicht. Hätte man auch auf drei Monate machen können und jeden Monat drei oder so. Nee, das wäre nicht zu finanzieren. Du kommst nach Leipzig. Das wäre nicht zu finanzieren. Das ist das Problem. Wenn du heutzutage von einem Promoter verlangst, du willst drei Wochen Proben, erklärt er dich für verrückt. Und das ist einfach so, du musst damit leben. Ich hatte einfach das Gefühl, ich hatte einfach Lust zu spielen und auch laut zu sein. Ich glaube, die Zeit verlangt das. Ich würde mich jetzt nicht auf den Stuhl setzen und an Plakt machen. Und ich habe keinen Druck mehr. Ich muss ja keinem was beweisen. Und das ist schön. Da bist du wie eine Amateurband. Du freust dich einfach abends auf die Bühne zu gehen. Und natürlich wird das anstrengend, aber ich bereite mich so gut, es irgendwie geht darauf vor. Und wir werden mal sehen. Die Tochter Mimi, mit der hast du ja schon öfter zusammengesungen, aller Vaterstolz, dass die Musik in die nächste Generation geht. Kommt die mit auf Tour? Oder darf man das davon verwalten? Kommt mal. Aber Mimi ist, worauf ich stolz bin, die hat Gott sei Dank von ihrem Vater den Sturenkopf geerbt. Und ihr ist es auch vollkommen egal, was Leute nun darüber denken und ob sie erfolgreich ist. Weil die Musik, die sie macht, habe ich ja auch gesagt, du wirst damit nie erfolgreich sein. Aber es ist toll, dass du das mit ganzem Herzen machst und mach das, was du für richtig hältst. Und in dem Sinne ist sie auch erzogen, auch von ihrer Mutter und ist ein tolles Mädchen. Und trägt die musikalische Fackel in die nächste Runde. Sag mal, also wenn du da auf Tour gehst, du sagst, du freust dich drauf, soll wieder Rock'n'Roll werden, soll nicht ruhig werden. Wie ist der Austausch? Auch ruhig, ja. Aber es soll keine ruhige Tour werden, sondern da werden schon mal 75 Jahre gefeiert mit deinen vielen, vielen Fans. Wie ist der Austausch mit denen für dich auf der Bühne, mit den Fans? Bisher habe ich es ja immer geschafft, wirklich eine Verbindung zu ihnen aufzubauen. Und meine Frau hat mich vor langer Zeit mal gefragt, wie ich das mache. Ich weiß es nicht, ich bleibe einfach bei mir und versuche wirklich zu empfinden. Ich versuche keine Show zu machen. Das ist das, was ich dann fühle. Und so kitschig das klingt, ich habe das schon mal gesagt, was ich fühle auf der Bühne. Ich platze vor Liebe in dem Augenblick, obwohl ich diese Menschen ja gar nicht kenne. Und auch zum großen Teil nie kennenlernen werde und auch nicht will. Aber da, in dem Augenblick, entsteht das halt immer. Und ich hoffe, es tut es immer noch, ja. 6. Dezember ist der Geburtstag. Wie wird der gefeiert? Ganz, ganz still. Ich mag nicht gern gefeiert werden. Wie war denn das früher, als du ein Bub warst? Da ist ja, wenn man im Dezember Geburtstag hat, ist nicht so sehr cool, weil man wird so mit durchgereicht. Also da ist bald das Anzugosefest, da geht das Geld und die Geschenkwürze auf. Jetzt hat der auch noch am Nikolaus. Naja, da machen wir ihm noch einen schon gerade extra. Ja, und alles so geballt, das konntest du vergessen. Ja, also war nicht toll. Nein, es gab ja auch immer damals noch immer nur ein Geschenk zu Weihnachten. Mehr gab es ja nicht. Wenn du heute Kind ankommst und ein Geschenk, da ist ja immer nur, auspacken, weg. Ja, auspacken, weg. Das war halt nicht der Fall. Trägt natürlich auch dann zum Lernen von Demut und Bescheidenheit. Ja, in jenen Zeiten auf jeden Fall. Das war wunderschön. Ich hatte dich anders erwartet. Ihr habt ja noch nie, wenn nicht, auf der Bühne gesehen. Ich dachte, nicht arrogant ist zu viel, aber schon so mit Nimbus. Aber du bist ja so sehr ich, ich. Naja, auf der Bühne eine gewisse Arroganz musst du haben. Weil du musst einfach Stärke demonstrieren auch. Du willst nicht jemanden haben, der das nicht im Griff hat. Das ist ganz wichtig und das empfindest du auch dann. Weil du wirst ja auf einmal in eine Position gehoben, die für die Menschen dann bigger than life ist. Aber wenn du das lebst, ist ja Selbstmord. Und wie schaffst du das, mit mir zu sprechen und die Stunde ist vorbei, ohne dass ich es gemerkt habe? Was habe ich gemacht? Keine Ahnung. Die Stunde ist ruckzuck vorbei geflogen und ich frage mich, wie du das gemacht hast. Ich weiß es nicht. Für mich auch. Ich muss noch sagen, das war das MDR Kultur Café. Gibt es als Podcast in der ARD Audiothek. Ich bedanke mich bei Marius Müller-Westernhagen für die Zeit. Ich bedanke mich. MDR Kultur fragt. Prominente Antworten. Der MDR Kultur Fragebogen. Sprüche und Widersprüche. Haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime? Lebensmaxime ist, die man auch nicht immer erfüllt und nicht immer erfüllen kann. Ist aber Ehrlichkeit. Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben? Ach, so viele. Also das ist wirklich schwer. Das ist wirklich schwer. Was mir in Erinnerung geblieben ist, mein einziger LSD-Trip, den ich je gemacht habe, der mir in den Tee gebracht wurde. Und ich habe auf diesem Trip mehr gelernt als in meinem ganzen Leben. Also ich habe zum Beispiel auf diesem Trip meine ganzen Ideale, meine Vorstellungen von Leben, meine Vorstellungen von allem als Haus gesehen, was dann zusammenbrach. Und was mich das aber auch gelehrt hat, dass ich versucht habe, mein Leben nicht auf Dinge aufzubauen, die vergänglich sind, wie Geld, wie Ruhm. Weil das sind Dinge, die irgendwann kommen und dann auch wieder vergehen. Worüber können Sie nicht lachen? Da kann ich nicht lachen. Also ich kann vor allen Dingen nicht lachen über politische Korrektnis. Na, das sehen wir heute jeden Tag. Es ist einfach nur verlogen. Und das finde ich nicht gut. Welches Buch würden Sie niemals weggeben? Einer meiner absoluten Lieblingsromanen ist Middle Sex. Das ist, ach Gott, ich bin so schlecht mit den Autorennamen. Aber es gibt so viele auch, die, also im Grunde, ich bin ein riesen Philip Roth Fan. Ich habe da von ihm alle Bücher gelesen und es gibt kein schlechtes. Wann fühlen Sie sich am lebendigsten? Ich hoffe jetzt. Gott und die Welt. Woran glauben Sie? Ich glaube in aller Naivität immer noch an das Gute im Menschen und will immer versuchen, mein Vertrauen nicht zu verlieren in Menschen. Gibt es für Sie einen Ort des Friedens? Oh ja. Und der liegt in mir. Der liegt in dir drin. Was meinen Sie, war Ihre letzte gute Tat? Ich mag nicht gerne mit sowas eitel umgehen. Ich mag nicht gerne eitel umgehen mit solchen Dingen. Und es ist durch Eitelkeit motiviert, wenn du von dir selbst behauptest, du hast eine gute Tat getan. Das tut man einfach. Freude und Leid. Wovon haben Sie zuletzt geträumt? Ich behalte meine Träume nicht. Es ist ganz, ganz schrecklich. Ich träume zwar und ich weiß, dass ich träume, aber meine Frau kann Träume erzählen. Die gehen 20 Minuten und denken, wie ist das möglich? Ich behalte die nicht. Welche Musik berührt Sie am tiefsten? Vieles in der Klassik, im Jazz unglaublich. Immer die Musik, die in mir Imagination und Gefühl hervorruft. Was finden Sie schwerer? Anfangen oder aufhören? Das eine beinhaltet das andere und darüber muss man sich im Klaren sein. Alle unsere Podcasts finden Sie zum Abonnieren unter mdrkultur.de Ein ganz besonderer Tag heute für die Fans von Marius Müller-Westernhagen. Der Schauspieler, vor allem auch erfolgreiche Musiker, wird ja in ein paar Tagen 75. Und heute gibt es schon das Geburtstagsgeschenk für ihn und für die Fans. Eine Song-Collection, nämlich 75 Songs und darüber wollen wir reden. Mit wem? Mit dem Meister persönlich. Marius Müller-Westernhagen. Guten Morgen. Wo kommt eigentlich dieses Meister her? Guten Morgen. Passt es nicht? Ich erkomme immer wieder Leute und die nennen mich immer wieder Meister. Das ist sehr irritierend. Das hat mit meiner Vergangenheit zu tun. Ich finde das so verrückt, dass wir jetzt endlich mal persönlich miteinander sprechen können. Hat ja auch nur lockere, sagen wir mal, 30 Jahre gedauert, nachdem wir damals alle das Westernhagen-Live-Album rauf und runter gehört haben. Und deswegen die Frage, was sage ich denn jetzt am besten? Sagen wir Herr Westernhagen, Herr Müller-Westernhagen, Marius oder du, Herr Westernhagen? Was ist denn am liebsten? Das ist mir vollkommen egal, weil ich bin ja mit einer Amerikanerin verheiratet. Die duzt auch alle, also was soll's. Dann darf ich jetzt Marius sagen. Natürlich. Und du sprichst mit einem traumatisierten Fan übrigens. Haha, um Gottes Willen, das ist meine Schuld. Nein, nein, die Schuld liegt ja bei mir oder wem auch immer. Aus irgendeinem Grund hatte ich damals, Anfang der 90er muss es gewesen sein, keine Karte für dieses Gelsenkirchen-Konzert. Damals noch das Parkstadion. Parkstadion. Ja, habe ich was verpasst? Ich werde es nie vergessen, als ich da rauskam und es wurde nie vorher vor so vielen Menschen gespielt. Und diese Energie, die dann hochkam, war unmenschlich. Also das war schwer, dass du da nicht umfällst und du musst es dann halt tragen. Du hast ja mal gesagt, dass dich dieses Gefühl teilweise so umgehauen hat, dass es Backstage auch zu Heulkrämpfen gekommen ist. Das war mehr erlösend als alles andere. Es war nicht Traurigkeit oder so, es war einfach eine Überlastung. Du bekommst so viel Adrenalin und so viel Emotion und so viel Energie, dass das als Mensch, wenn du es dann aushalten willst, kann das sehr tief gehen. Wir haben bewusst nochmal diese Zeit rausgenommen, damals, als das ja wirklich gigantisch war mit diesen großen Konzerten, weil das gehört eben auch in diese Zeit, über die wir auch sprechen, wenn wir über dieses neue Album gleich sprechen. Das war schon so ein echtes Rockstar-Leben, oder? Ja, man hat es ja damals sogar mit der Beatlemania verglichen und es war verrückt. Ich habe aber immer versucht, mich da doch abzuschotten. Mir war das immer klar, das ist die Bühne und wenn ich runterkam, bist du noch eine halbe Stunde in diesem Zustand der Madness, der Verrücktheit. Und dann war mir immer klar, dass ich dann wieder der normale Bürger Westernhagen bin. Und wenn du dich heute vorbereitest mit fast 75 auf das Tourleben, was so bevorsteht, ist das jetzt anders als früher? Ja, du musst im Grunde genommen mehr tun. Und natürlich habe ich Respekt vor den Konzerten. Ich weiß, wie anstrengend das ist. Das Trainingsprogramm läuft schon und singen läuft auch schon seit einiger Zeit und dann abliefern. Wir würden gerne heute Morgen schon mal ein bisschen abliefern und uns einstimmen auf Westernhagen live. Wir sind ja sehr stolz, dass wir deine Konzerte im Mai und im August kommenden Jahres in Dortmund, in Köln, Mönchengladbach präsentieren dürfen. Wir haben uns extra Freiheit rausgesucht, immer ja noch eine wahre Westernhagen-Hymne, wenn die live gespielt wird sowieso. Um das nochmal klarzustellen, mit dem Mauerfall damals hat das Ganze nichts zu tun, oder? Nicht beim Schreiben, nein. Du warst auch nicht der, der mit der beleuchteten Lederjacke auf der Mauer gesungen hat, ne? Das wäre mir auch zu viel Pathos gewesen, um ehrlich zu sein. Wir nehmen diese Gänsehaut nochmal mit heute Morgen. Und sprechen gleich weiter mit Marius Müller-Westernhagen, heute Morgen hier bei WDR 4. Die Verträge sind gewahrt. Was zum Lützingen und Feuerzeug anmachen heute Morgen bei WDR 4. Wir freuen uns sehr, dass wir heute früh mit dem Mann sprechen, der heute ein ganz besonderes Album rausbringt. Marius Müller-Westernhagen. Album ist übertrieben, also untertrieben muss man sagen. Es ist ja eher so eine Art, ja Lebenswerk vielleicht eher, passend zum Geburtstag in ein paar Tagen. 75 wird er, 75 Songs sind da drauf. Das ist eine 8-LP-Box oder eine 5-CD-Box. Marius, wenn wir sagen, ein Best-of-Album, dann passt es nicht ganz. Dafür hat die Plattenfirma einfach zu viele Hits drauf geparkt. Ich habe gesagt, so erstellt ihr mal diese 75 Songs, 75, weil 75 der Geburtstag ist, das bietet sich natürlich an. Es hätten 100 sein können oder 120. Ich war nur erstaunt, wie viel da ist auf einmal und musste dann meinen Segen geben. Mit diesem Album geht es auf Tour, zurück auf die Straße. Nach sechs Jahren Live-Pause hat es dann doch gekribbelt. Fehlt dir das, die große Bühne am Ende? Ist ja schon eine Nummer, ne? Köln, Dortmund, Westfalenhalle. So ein bisschen wie damals. Ich vermisse natürlich das Spielen. Das ist ganz entscheidend. Und ich habe auch keinen Druck mehr. Also ist es wieder so, wie mit einem Amateur, wenn du vorst, die einfach abends spielen zu können. Und bist aber jetzt nicht mehr in dem Sinne davon abhängig, dass du es beweisen musst unbedingt. Wir werden alles geben. Wir haben eben schon mal kurz dieses Live-Album angesprochen von damals, was viele in Erinnerung haben. Ich natürlich ja auch. Heute kommen aber nicht nur die Fans von damals. Da kommen die Kinder mit. Vielleicht auch die Enkel. Wird das so ein Drei-Generationen-Konzert? Drei-Generationen-Tour? Das war es ja immer. Ich war ja mal erstaunt zu den Stadionzeiten auch. Da haben Leute sich Urlaub genommen in der Zeit. und sind mit der ganzen Familie immer mitgefahren. Wir werden es sehen. Mich erstaunt ja sowieso auch in den letzten Tourneen, die ich gemacht habe, dass ich so viele, viele junge Leute noch habe. Und dann auch du neue Fans gewinnst, weil sie es einfach nicht kennen. Ja, wir freuen uns auf die großen Hits live dann im kommenden Jahr. Auf die neue Westernhagen 75 Edition, die es ja ab heute gibt. Marius Müller-Westernhagen war das bei WDR 4. Es war uns eine Ehre. Alles Gute für dich. Das wünsche ich euch auch. Schönen Tag. Vielen herzlichen Dank.